hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal es ist wieder zeit für unseren crowdfunding überblick diese wochen mit einem titel und ausnahmsweise ja das muss man wirklich so sagen ist es mal ein titel den ich tatsächlich schon gespielt habe sogar mehrfach schon gespielt habe auch wenn jedes mal ich glaube immer das tutorial ja ich glaube ja naja jedenfalls ist die rede von mithala und das ist ein spiel von eike meyer und den eike habe ich letztes jahr zu spiel kennengelernt der hat mich hier besucht auch bei mir mit übernachtet zur kobe con dort konnten auch die gäste das spiel auf der messe bei mir hier testen und wir haben auch ein let's play dazu aufgenommen das heißt wenn dieses spiel online gehen wird die kickstarter kampagne nämlich am 14 8 also den heutigen tag wenn ihr dieses video seht um 17 uhr wird auch ein let's play von mir online gehen es gibt auch schon ganz viele andere videos hier oben bei youtube die sich mit dem spiel auseinandersetzen also der nach sache und marcel von herr spieler hat einige sachen schon dazu gemacht andre von auf den tisch auch ein kritiker kritischere auseinandersetzung der ich nicht in allen punkten mitgehe aber meinung ist meinung und die hat auch ihre berechtigung und er zeigt auch dort einiges von dennis matthias von stelle gigi also man kann sich schon einiges im bild machen und ich denke mal wenn die kampagne online geht dann auch dass da noch einige andere videos online gehen werden und ja ihr könnt gerne hier bei mir sehen der große vorteil bei mir ist wie ich finde und was ich genial finde nämlich eike war ja wie gesagt hier und ich habe das video halt mit ihm aufgenommen wir spielen das tutorial also ihr kriegt die regeln aus erster hand und hat mir sehr viel spaß gemacht und ja so kann man das spiel glaube ich sehr gut lernen aber was ist das überhaupt für ein spiel und warum finde ich es unterstützenswert neben dem aspekt dass es von einem deutschen entwickler ist und ich finde wir sollten zumindest inländischen leute auch immer gut unterstützen und der eigenen super typ ist was kann das spielerisch ne ich sage aber auch gleich ich glaube das ist nicht ein spiel für jedermann und wie bei so gut wie allen spielen ist hier immer auch die frage was ist die erwartung mit der man an dieses spiel geht so gucken wir mal hier bei board king geek da steht mit halla ist a cooperative dungeon crawler so und da kommt natürlich schon mal die zentrale frage auf was ist ein dungeon crawler und die akademiker unter uns wissen diese frage kann nicht so einfach beantwortet werden nein spaß beiseite also ich denke gibt es schon bewusste zentrale elemente die viele dann und kohler haben und viele würden sicherlich dem zuschreiben auch diesen aspekt der exploration mit halla hat eine form von exploration ich finde aber das ist nicht unbedingt die stärke dieses spiels wir können uns das mal angucken übrigens habt ihr ein tolles beweis foto bei board game geek von eike mit meiner wenigkeit dem stefan und justus mit dem ich immer meine monatsrunde habe und den kennt dann natürlich auch schon hier auf dem kanal den guten perl letztes jahr auf der spiel wo wir gespielt haben und es gab auch ein schnäpschen man muss ja die content creator und tester auch gut bestechen so aber was wir sehen sind hier details die herausgelegt sind ich habe hier noch ein anderes foto rausgesucht genau hier sehen wir das sozusagen das ist dieser standard aufbau wir haben auf der einen seite nämlich nicht nur diesen dungeon crawler aspect auch so ein castle defense spiel wir verteidigen sozusagen dieses zentrale portal hier sind die lebenspunkte aufgezeigt so und ihr seht hier details sind sehr nüchtern das hat sich alles noch gewandt ist auch noch ein prototyp etc demo allerdings muss ich sagen ich fand diesen explorationsteil der ist okay der ist da das passt der ist schnell abzuhandeln ist auch in ordnung aber da gibt es spannendere spiele die diesen aspekt der exploration in meinen augen besser umsetzen ist das jetzt deshalb ein schlechtes spiel nein auf jeden fall nicht bloß wir müssen gucken was ist das für ein spiel ich sage es jetzt mal gleich so als überschrift es ist so ein fantasy abenteuer spiel von mir aus nennt es dungeon crawler aber mit euro game aspekt und jetzt weniger euro game aspekte wo jetzt der ein oder andere denken mag an den gloomhaven wo auch immer so vergleiche gezählt werden sondern das besondere in diesem spiel und das ist in meinen augen die quintessenz und das was das spiel so spannend macht und warum ich richtig bock auf das spiel habe ist das deterministische kampfsystem was ist deterministisch ich bin ja selber nun philosopher philosophie studiert determination ist die lehre davon oder die idee davon einer vorherbestimmtheit und was heißt das jetzt in einem spiel das alles festgelegt ist nein das nicht ihr habt schon taktische entscheidungen zu denen kommen wir dann auch gleich aber im im grunde genommen heißt deterministisch ihr habt kein oder sehr wenig zufallselemente der kampf wird zum beispiel nicht ausgewürfelt oder karten gestellt sondern ihr habt einen angriffswert von x und dieser angriffswert wird halt so umgesetzt wie was halt die zahlen da auch hergeben ich würde mal kurz gucken ob ich hier noch mal ein charakter blatt sehe an dem ich das noch mal hier oben obwohl dieser charakter nur ein spaß war aber er zeigt trotzdem dass das kernelement dieses spiels nämlich ihr habt und das ist ein spannender punkt nämlich hier kommt dann ein aspekt mit rein dass dieses euro game artige action selection der euro game aspect nämlich ihr habt ein aktionsmanagement ihr werdet aktionssteine haben ein für diese erste zeile und ein für diese zweite zeile und ihr macht eine aktion von denen hier oben hier könnt ihr später auf leveln ja und dann macht ihr eine aktion von unten und das besondere ist hierbei wenn ihr jetzt zum beispiel hier euch für diese entscheidet also zwei attack mit einem schaden dann liegt ja dieser stein drauf und in der nächsten runde könnt ihr diese aktion hier nicht machen das heißt ihr müsst schon so ein bisschen voraus planen jetzt könnte man sagen jetzt plane ich also ewig in diesem spiel sitze ich also ewig rum das kann man theoretisch sicherlich machen wenn man sich seinen spiel spaß maximal zerstören möchte ich habe diesen drang nicht auch wenn ich unbedingt gewinnen möchte aber ich plane jetzt nicht fünf züge im voraus in der regel außer ich habe richtig bock drauf und gerade aber ich muss es nicht habe trotzdem chancen in diesem spiel ja also dieses gefühl habe ich bei den partien die ich dort hatte nicht gehabt dass ich hier alles voraus planen muss aber wenn man natürlich so ein typ ist der sagt wo es muss alles hardcore optimiert werden ja dann vielleicht auf dem höchsten schwierigkeitsgrad spielen dort wird dieser optimier aspekt sehr wichtig sein nämlich und das seht ihr hier schon dieses deterministische kampfsystem wo halt festgelegt ist welche schadenswerte wir machen das heißt das spiel hat einen wichtigen aspekt der planung zum beispiel wer geht wohin also wie teilen wir uns auf also die planung der spielzüge ist etwas was ganz viel spaß macht diese aufteilung wenn wir uns den dungeon dann halt auch angucken ja also wer zum beispiel wir haben meist der so lanes so ein bisschen wie aus anderen spielen zumindest aus dem was ich bisher gesehen hat kann sein dass da auch noch dinge gibt die sich mehr verzahnen die ja alle hier hinlaufen und wir auch wollen wir uns auf sein wollen wir sie kommen lassen wer geht wohin auf wen nehmen wir schaden denn die gegner spielen sich tatsächlich auch sehr unterschiedlich also da gibt es auch sehr unterschiedliche fähigkeiten die die haben von heilen bis welche priorität sie haben was sie angreifen gehen sie auf das geld und so also da gibt es verschiedene sachen also planung ist was ganz wichtig dann aber halt auch so ein bisschen puzzle artig in hinsicht auch dieses optimieren und wann setze ich halt welche fähigkeiten ein ja auch meine die ich nur einmal pro mission sozusagen einsetzen kann diese fähigkeiten da wird auch also nochmal hier das war nun ein gag aber die charaktertafeln sehen im kern hier so aus genau dann haben wir noch einen weiteren aspekt nehmen ich sage jetzt mal diesen dungeon crawler abenteuer spielt schrägstrich mit euro game einlässe aspekt haben wir hier noch ein castle defense ding mit drin denn wir verteidigen halt diese feste und gleichzeitig damit macht eike auch erwerbung nämlich ein aspekt des tower defense spiels so und da muss man jetzt gucken also erwartet jetzt hier kein spiel in dem wir wirklich türme im klassischen sinne setzt sondern in diesem spiel ist dieser aspekt hier sehen wir das durch diese würfel mit diesen fallen gegeben nämlich ihr könnt fallen errichten da gibt es unterschiedliche setzen wir hier in der blade trap und genau ja also fallen die ihr setzen muss gerade den höheren mission schwierigkeitskran ist das notwendig überhaupt eine chance zu zahlen also dort auch wieder so ein management ding mit drin genau und das sind für mich alles dinge in dieser symbiose die ich so in dieser dieser verbindung in keinem anderen spiel gesehen habe heißt das ist der beste dungeon crawler nein ja ich finde zufalls aspekte in dungeon crawler per se erstmal keine schlechte sache auch wenn sie natürlich sehr frustrierend sein können vor allem wenn zeit so ein würfel gibt der halt nur wie bei damals bei descent second edition der blaue würfel der dann einfach mit dem x alles negiert das war schon sehr frustrierend aber gibt es auch andere elemente also ich finde zufall spielen schon nicht verkehrt aber hier haben wir es mal genau andersrum und es macht trotzdem spaß und das ist cool und sowas habe ich einfach nicht in meiner sammlung dazu kommt dann dieser aspekt des wikinger themas welches wir hier drin haben denn mithala so viel verrate ich schon mal doch ein bisschen was mit walhalla zu tun und genau ja also dass dieser punkt und dann tower defense krafts defense bin ich auch immer mit dabei und dann diese euro einlässe mit dabei das ist eigentlich wirklich eine spannende sache und deshalb finde ich das ein unterstützenswertes ding soweit ich weiß kommt das ganze auch auf deutsch zumindest mit übersetzungsaspekten guckt da noch mal genau auf die seite dann mit drauf am ja heute 14 um 17 uhr wenn das ganze losgeht wenn ihr noch fragen habt haut gerne unten in die kommentare könnt auch gerne bei uns auf dem discord dort was reinschreiben der eike ist dort auch mit aktiv und könnt dort fragen stellen also der eike ist sehr umtriebig ich drücke ganz fest die daumen und ja irgendwann hatte ja jemand gesagt wo es ist ein unsichereres projekt als beispielsweise was hat er dort gesagt gehabt ähm stalker von der raken realms ist ja klar ne raken realms macht ja eigentlich eine vorbestellaktion und eike das ist hier doch das worum es eigentlich bei kickstarter ja mal ursprünglich ging eine spielidee umzusetzen und gerade das macht es für mich eigentlich noch unterstützenswerter stalker kommt so oder so bei der masse an sachen und freue mich auch auf stalker nicht falsch verstehen aber vergleichbar spielmechanisch sind diese spiele natürlich ähm überhaupt nicht ja aber am ende natürlich muss jeder für sich entscheiden wie er das ganze ähm sehen will ich freue mich dann auf das spiel selber hatte ich jetzt keinen prototyp noch mal da ich hatte ja die möglichkeit das ganze mit eike zu spielen wird dann eine kopie bekommen von ihm wenn das ganze ding raus ist und wer dann euch natürlich auch noch mal danach der kampagne euch berichten wie das ganze damals spaß gemacht hat das was ich bisher gesehen habe mir zumindest gesagt okay da habe ich bock drauf da will ich gerne eintauchen in die welt weil es halt auch mit einem wie ich finde sehr intuitiven schlanken regelwerk daher kommt zumindest nur was man auch so sehen kann in dem tutorial let's play und ja dass er auch auf den anderen kanälen so sehen könnt so dass meine gedanken zum mitteiler heute ein bisschen länger ausgeführt weil ich es halt auch mal spielen konnte und hätte auch die möglichkeit dazu hatte ja schreibt mir gerne eure gedanken dazu in die kommentare ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao